Hey, Mann! Was ist los? Wie geht's dir? Alles ist völlig sinnlos für mich. Ist alles okay? Daisy hat mit mir Schluss gemacht. Well, das wird schon wieder. Du hast recht, Clarence. Ich möchte dir Keanu vorstellen. Nein! Oh mein Gott, das ist das süßeste Kätzchen, das ich je in meinem Leben gesehen habe. Wieso ist die Tür auf? Keanu. Keanu! Es tut mir leid. Nein! Oh, es geht, Bro. Ich bin hier, weil bei mir eingebrochen wurde. Ist jemand Verdächtiges vorbeigekommen? Los, die 17th Street Blitz. Die 17th Street Blitz, okay, wo sind die? In der 17th Street. Schreien wir uns einfach mal um. Was kann schon Schlimmes passieren? Ein Bier, bitte. Ich nehme eine Weißweinschorle. Ernst, Clarence. Ja, was? So kannst du nicht reden. Du bist schon die ganze Zeit wie ein Grundschullehrer. Seid ihr hier wirklich richtig? Ja, und ob wir hier richtig sind. Ich bin Tektonik. Klasse. Mein Name ist Chalk Tank. Boom. Jetta hat Keanu. Wir sind dick im Geschäft mit Gangsterhaustieren und sowas. Echt jetzt? Ich werde nicht das Gesetz brechen. Wir erzählen ihm Mist von wegen Black Gang und schnappen uns Keanu. Du hast noch nie gesehen, wie einer gekillt wurde? Ich habe Leute gesehen, die gekillt wurden. Oh Gott, komm schon mal. Chiano braucht dich. Ich brauch dich. Wo steckst du? Glaubst du, ich mach die Scheiße zum Spaß, Alter? Warum redest du so mit mir? Tja, so rede ich eben manchmal. Zieh dir das rein, Schrotkugeln. Was hast du so? Ich? Appendix. Pow. Den haben sie aus meinem Körper geholt. Was? Mhm. Alles okay, Keanu? Oh, Keanu! Hierher, kleines Kätzchen! Okay, was haben wir denn da? Was ist das? Das ist genau mein Scheiße. Freitag! Freitag! Let's do. Freitag! Freitag! Untertitelung des ZDF, 2020